Hello again! Schön, dass ihr immer noch oder wieder da seid. Wir sind's noch, Materia und ich. Und jetzt haben wir alle Zeit der Welt, um dieses Gespräch, das wir so zart begonnen haben, bei Update Deluxe noch zu vertiefen. Und ich hab da schon ein paar Mal einen deiner neuen Signature-Tracks erwähnt. Niemand bringt Martin um. Und da ist so viel drin in dieser Nummer, dass wir jetzt so Stück für Stück abarbeiten. Erstmal, das war das Erste, was du geschrieben hast für dein neues Album, die fünfte Dimension, dieses Stück. Und deswegen sind da auch so viele textliche Verweise drin auf Sachen, die in der jüngeren Vergangenheit passiert sind. Fangen wir doch mal an mit... Womit fangen wir denn an? Du darfst dir was aussuchen. Was ist dein Kernpunkt bei Niemand bringt Martin um? Na, ich denke, die Hook, also ich fliege die Cessna in das Feuerwehrszenario. Das ist ja so eine Zeile. Die ganze Geschichte ist ein bisschen wahnsinnig. Ich war in Venezuela mit Freunden und Venezuela, das ist so eine Inselgruppe, Los Rockes heißt, die ist da vorne. Venezuela ist nicht gerade, also Caracas ist nicht gerade so die sicherste Stadt im Moment auf der Welt. Ist schon sehr, sehr, sagen wir mal, einer der drei gefährlichsten Städte der Welt. Ja, da wolltest du Urlaub machen? Da war ich schon. Und auf so einen verrückten Naturangeltrip. Und ja, da ist dann der Lockdown ausgebrochen. Und alle sind dann irgendwie weggekommen, nur ich nicht, weil ich mit einer kolumbianischen Freundin gewartet habe und einem Kolumbianer noch. Weil ich dachte, okay, ich kann doch nächsten Tag fliegen, dann ging halt gar nichts mehr. Ach, das waren diese Maschinen, wo man noch so Deutsche nach Hause geflogen hat, kurz bevor es nichts mehr ging? Nee, das gab es noch nicht. Das war einfach nur alles vorbei, letzter Flug. Und das war schon sehr, sehr spooky. Und dann bin ich erst nach Trinidad-Tobago, was praktisch genau daneben liegt, neben Venezuela. Dort hat sich mit einer Knarre am Kopf wieder zurück ins Flugzeug transportiert worden. Weil du so ein Seuchen-Heini bist? Nee, weil Deutschland einfach so ganz oben auf der Liste der Horrorländer stand, weil Deutschland und Italien, glaube ich, gerade die meisten Corona-Ausbrüche hatten. Und warum Trinidad-Tobago erst mal? Weil es nah war und das nächste Land war. Und weil da vielleicht ein Flug nach Deutschland gegangen wäre? Ich habe eine Cessna gemietet dafür, für sehr viel Geld. Das war das letzte Flugzeug, was da geflogen ist, in dem ganzen Land tatsächlich. Und dann aber wieder zurückgeschickt worden nach Caracas und dann habe ich einen Botschafter, also was eigentlich überhaupt nicht geht, deswegen habe ich auch ein bisschen so mit Trinidad-Tobago gerade so ein bisschen mein Problem, das war wirklich Horror, dann zurück nach Caracas geschickt worden. Ich darf wahrscheinlich auch nie wieder da einreisen. Also nach Trinidad-Tobago. Wo man dich bestimmt auch nicht mit Kusshand empfangen hat, oder? Das meine ich ja, genau, mit einer Knarre am Kopf dann. Also tatsächlich wieder zurück ins Flugzeug. Und ich habe gesagt, das kann ja, das dürft ihr nicht. Aber haben sie ihn doch gemacht und dann wieder zurück nach Caracas. Und dann hat der Botschafter mir gesagt, das ist noch eine Chance, du kannst irgendwie noch nach Barbados kommen. Ich weiß aber nicht, ob es klappt, kann dasselbe wieder passieren. Sonst bist du in Caracas für die nächsten anderthalb Jahre. Da willst du aber gar nicht sein. Da will man nicht sein, wenn man, also ich habe die Leute in Venezuela sehr, sehr lieb, unfassbar nette Menschen, alles geil. Aber jeder Mensch dort hatte schon eine sehr, sehr heftige Geschichte und hat krasse Sachen erlebt. Und ich habe mich da mehr oder weniger in so einer Mad Max-Situation gesehen, mit so Riots, mit einer Keule, mit selbstgebauten Waffen. Und irgendwie da irgendwie so klar zu kommen, was natürlich übertrieben ist, aber schon nah an der Grenze gewesen. Also man hatte schon Angst, richtige Angst. Und ja, dann bin ich nach Barbados, bin nach Caracas geflogen und dann am nächsten Morgen um sieben nach Barbados. Und da habe ich dann reingekommen. Da war dann Rihanna-Mucke, die größte Straße heißt auch Rihanna-Boulevard. Die gibt es da wirklich, ne? Rihanna, 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 ja. Rihanna war Plü. Wann gibt es eigentlich ein Materia-Allee in Rostock? Oh Gott, ich bin nicht so der, ich lege da nicht so einen Wert drauf. Es gab mal eine Statue von mir, also eine Masimuto-Statue in der Stadt, die wurde nach einem Tag direkt geklaut. Das ist auch okay. Also ich habe lange wirklich Kontakte und versucht, die wiederzufinden. Und da war ich mir, ey mein Gott, wenn da jetzt so zwei Kiffer in so einer Wohnung sitzen und das Ding haben und sich darüber tot lachen, eigentlich geil. Ich finde es jetzt auch zum Beispiel, sagen auch immer viele, so für Hansa, für den Fußballverein, mal eine Hymne zu schreiben, das würde ich nie wollen, weil unsere Hymne so gut ist, so geil ist. Und ich will mich, muss ich da nicht immer so in den Vordergrund, finde ich, stellen. Und eigentlich kriegt man ja auch nur eine Straße, wenn man mal tot ist. Und wie gesagt, niemand bringt Marten um das Kreuz, also noch ein bisschen. Ja, da haben wir noch ein bisschen hin. Okay, zurück nach Barbados. Das war das Ziel, weil das war das Einzige, wo man noch hin konnte. Ja, was so die Entfernung auch angeht. Also man kann ja nicht einfach überall hinfliegen und alles andere war dicht. Genau. Barbados heißt, du warst dann eigentlich so während des kompletten Lockdowns da. Wie lange insgesamt? Knapp vier Monate. Vier Monate? Also da ging gar nichts, da konnte man nicht rausfliegen. Aber es war natürlich auch gut, weil man dann anfangen konnte, Musik zu schreiben. Und weil man dann Zeit für sich hat und die ganze Zeit so das Meeresrauschen im Hintergrund hat. Das ergibt ja irgendwie schlechtere Orte als so eine Karibikinsel. Würde ich jetzt spontan auch mal sagen, aber wenn man jetzt vier Monate da sitzt, das war jetzt wahrscheinlich auch die Versorgungslage nicht so super brillant, oder? Das war okay. Also die hatten schon eine Zeit, wo sie auch wirklich die Supermärkte dicht gemacht haben, wo dann natürlich riesige Schlangen kannte ich aus dem Osten noch. Ja. Also wenn es mal Bananen gab oder so, tatsächlich. Da dachte ich, ich bin mal ein stabiler Deutscher und gehe mal morgens um sechs schon hin. War aber so der Letzte. Dachte ich, wenn um neun der Supermarkt aufmacht, gehe ich um sechs hin, aber die Leute standen schon um vier da. Und dann bin ich irgendwann 17 Uhr angekommen, habe irgendwie noch ein bisschen Nudeln bekommen. Und das war dann auch so ein bisschen, aber das ist dann immer alles dramatischer, als man denkt. Dann hat das auch nach anderthalb Wochen wieder aufgemacht alles. Und die Welt wusste ja nicht so richtig, wie sie damit umzugehen hat oder wie sie damit umgehen soll. Und für mich war das irgendwie ein voll geiler Ort. Und ich konnte einfach anfangen da zu schreiben. Ich bin auch im letzten Computerladen irgendwie nach Bridgetown gefahren, habe noch den letzten Ausstellungs-Mac bekommen. Und weil ich auch keinen Rechner oder so dabei hatte. Und dann habe ich einfach so einen Bordeaux-roten Computer und dann habe ich so angefangen zu schreiben. Und Niemand bringt Marten um, waren dann so die ersten Zeilen, die du da reingehämmert hast. Ja. Okay, also das sind die Umstände, die wir jetzt kennen. Und dann ist es ja noch so, dass wir in der Sendung gerade das Video hatten. Und da sieht man ja auch schon ein paar Leute in dem Clip, die dann bei dem Track und auch bei dem Album noch eine größere Rolle gespielt haben. Da ist, von den Crowds ist eine dabei. DJ Öl-Vibe. Genau. Liebt er seinen Hip-Hop-DJ-Namen. Ja, der ist super. Muss ich auch jedes Mal lachen. Also Crowds, ja Langzeit-Kollaborateure von dir, die ja auch deine letzten Platten gemacht haben. Das war klar, dass die auch diesmal wieder mit im Boot sind, oder? Ja, wir sind schon eine Familie. Wir sind halt Menschen, die verschließen sich nicht. Wir sind nicht in unserem Eigenbrödel-Wahnsinn, sondern wir sind offene Menschen. Wir haben einen sehr ähnlichen Musikgeschmack. Wir versuchen, Neues anzugehen. Und wir machen Musik nicht aus Gründen von irgendwie dem krassesten Erfolg und das krasseste da und das krasseste Anpassen an irgendwelche, an die heutige Zeit. Sondern wir versuchen halt immer einen eigenständigen Weg zu gehen und versuchen mit jeder Platte irgendwas zu machen, was uns selber kickt oder wo wir selber Bock drauf haben. Deswegen war das diesmal besonders schön, so ein bisschen so was Neues zu machen, aber eigentlich auch wieder so ein Ursprung, so zum Ursprung zurückzugehen, wie ich auch angefangen habe mit Songs wie Verstrahlt oder so. Damals mit Robert Koch viel gemacht habe, von Jacuzzi noch. Oder ich habe auch mit Sirius Mo, der auch auf der neuen Platte sehr viel macht, auch schon früher Songs gemacht und Sirius Moto mit Masi Moto Sachen gemacht. Und ich bin halt sehr glücklich jetzt mit Menschen, die man auch im Video sieht, sagst du gleich, wer das ist, mit Leuten, von denen ich Fan bin, einfach seit so vielen Jahren mit diesen Menschen zusammen diese Platte zu machen. Das ist halt ein absoluter Segen und das ist auch für mich ein richtiger Ritterschlag, weil es gibt halt nichts Schöneres als mit den Menschen, deren Musik man liebt, Musik zu machen. Ja, das ist natürlich auch wirklich spitzen Personal, das du da hast. Super Typen und natürlich auch super Produzenten. DJ Kotz, der ist im Video auch noch zu sehen, den bewundere ich schon seit vielen, vielen Jahren, einer der besten DJs und Produzenten, die es wahrscheinlich hier jemals gegeben hat. Wie habt ihr euch getroffen? Wir haben uns irgendwie angefangen zu schreiben, ich habe irgendwo was gelesen, dass er irgendwie, wenn er mit jemandem arbeiten würde, hier dann mit mir, da war ich so, okay, finde ich gut, da war ich so, yes, guter Mann. Dann haben wir so ein bisschen geschrieben und dann habe ich eine kleine, bei mir, bei meinem Häuschen an der Ostsee, so eine kleine Liebesparty, so eine Raveparty gemacht. Das ging sehr gut. Ja, genau. Und dann war er so, okay, ich komme. Und dann sind aber alle von meinen Freunden so, der kommt nicht. Wir kennen viele Geschichten. Der ist sehr eigen. Und dann kam irgendwann aber so ein T2-Bus um die Ecke gefahren und dann stieg er aus. Und ja, lieber auf den ersten Blick. Wir haben ein ganz tolles Wochenende zusammen verbracht. Wir teilen sehr viel Wahnsinn. Also es ist schon auch nicht so leicht, es ist auch ein bisschen anstrengend immer sehr. Aber wir sind schon dolle Menschen und es ist aber einfach emotional. Es ist für mich halt immer wichtig. Es ist genau wie bei einem Campino oder so. Ich schreibe ja auch mit Campino, es ist einer meiner besten Freunde so viele Jahre auch Musik, tote Hosensachen oder so. Das ist für mich halt nie, ich bin kein Songwriter, den man irgendwo bucht oder so. Ich bin so ein Typ, ich brauche eine menschliche Verbindung mit jemandem. Und ich muss jemanden kennenlernen und ich muss mich mit jemandem auch betrinken. Plump, wie das klingt. Und muss irgendwie die Seele kennenlernen. Und dann ist es auch ganz oft so, nee, das ist jetzt nicht so, das ist mir ein bisschen zu anstrengend oder es ist ein bisschen zu viel Attitude hier oder da. Ich bin eigentlich ziemlich einfach, was sowas angeht. Und bei so einem Typ wie Campi, der kam extra mal auf ein Konzert irgendwo in Berlin und stand da und der so, ey Mann, wäre doch so krass. Und dann haben wir eigentlich zwei Wochen rumgehangen und haben eine Woche nur geredet und gequatscht. Und dann sind so krasse Lieder entstanden, die irgendwie auch in Deutschland total viel bewegt haben. Und mittlerweile auch schon irgendwie zwei Platten zusammengeschrieben. Und mit Kotze war das ähnlich. Es war einfach so eine Symbiose und ich liebe seine Musik und ich verstehe diese Melancholie, die er hat. Genauso ist es bei Sirius Mo. Ich verstehe diese Abfolge an Musikwahnsinn. Ich verstehe dieses, wie die Musik denken und dass sie Musik anders denken. Es hat für mich einen ganz großen Genie, ganz großes Genie-Level, ohne dass die so sagen, ich bin ein Genie, sondern dass die einfach machen und die einfach fühlen. Und ich finde, so entsteht immer die geilste Musik, die einen wirklich so anspringt und dich einfach so einnimmt. Und das haben die total krass. Und das ist was total Besonderes gewesen, dass diese menschliche Ebene eben passt und dann das Arbeiten auch verrückt war. Ich finde, das ganze Album ist ein wunderbares Plädoyer für die Kunst gegen den Kommerz. Du hättest dir das wahrscheinlich auch viel einfacher machen können. Ein paar Hitproduzenten, dann zehn so Hit-Singles rausballern, die Plattenfirma, wer jubeln, auf den Tisch getanzt. Und stattdessen machst du aber Kunst im positivsten Sinne. Ja, das ist, also dafür treten wir an. Also ich finde es immer noch Teamwork, so mit allen. Aber dafür trete ich an. Also was hat man alles erlebt? Um was geht es irgendwie? Um was geht es? Um sein Denkmal, wenn man davon so redet, wenn man irgendein Bild braucht. Es ist alles, wie du sagst, nicht leicht. Es ist nicht so leicht mit solcher Musik. Du brauchst in Deutschland immer diese Sparten. Du brauchst immer, klar, es steht in jedem Interview Rapper-Materia. Ich bin klar ein Rapper und ich würde den Hip-Hop immer verteidigen, weil das ist was ganz Wichtiges. Aber Musik ist so viel mehr. Ich habe immer versucht, Musik zu verbinden und bin eigentlich so ein Rave-Kit. Und bin eigentlich auf der einen Seite mein Method Man-Pulli gehabt und auf der anderen Seite meine Björk-Platte gehört. Das war schon immer so meine Persönlichkeit. Wie ich groß geworden bin, was mein Bruder mir beigebracht hat, wie wir Musik konsumiert hatten. Wir hatten Geld für eine Platte jeden Monat. Wir sind in Rostock zum Port Center gegangen und haben für 30 Mark eine Platte gekauft. Und das war wie so ein Stranger Things-Moment. Man musste ruhig sein. Mein Bruder ist acht Jahre älter. Wir saßen in seinem Zimmer. Ruhe, Platte rauf. Und da war es halt eben so die Prodigy Experience, da war es die Yo Boom Rush, das Show von Public Enemy. Dann kam die Debüt von Björk, Massive Attack, Pearl Jam oder Beastie Boys und auch True Life Crew. Also es war halt alles so. Und man hat einfach entschieden, okay, das Cover ist cool. Und so hat man irgendwie auch seine Identität. Und das Wichtigste war auch, wie wir unsere musikalische Identität gefunden haben. Oder warum man so ist, wie man ist. Weil die coolen DJs bei uns in der Stadt durften als erstes die Platten haben, die angesagt waren, weil die aufgelegt haben. Wir waren die Trottel, die dann am Dienstag so den Rest bekommen haben. Aber unsere Identität haben wir uns aus diesem Rest halt gebaut. Madlib, Tommy Boy Sachen, irgendwelche Outen, Labels, die keiner sonst gekauft hat, weil du es ja nicht im Club gespielt hast oder so. Da haben wir uns halt unsere Welt gebaut. Und deswegen ist die Musik auch ein bisschen besonders. Und ich finde das halt schön. Und dafür tritt man an, wenn man Musik macht. Dafür trete ich an, wenn ich Musik mache. Ich freue mich nicht des Wahnsinns über eine nächste Eins, eine nächste Dies, eine nächste Das. Ich bin Sportler. Ich will schon auch noch irgendwie den Leuten zeigen, ich kann geile Musik machen. Aber mein Anspruch oder unser Anspruch ist, einfach sich immer versuchen zu erfinden und versuchen, was Neues zu machen. Versuchen, Musik einfach auch Musik sein zu lassen. Und was entstehen zu lassen, was ein Gefühl ist, was man auf die Schnelle gar nicht so versteht. Deswegen würde ich schon immer noch sagen, bin ich ein Albumkünstler. Ich lege darauf total viel Wert. Das ist auch nicht ausgestorben oder so. Ich kann auch mal einen Song machen, kann auch mal einen Hit machen. Das ist auch überhaupt nicht verwerflich irgendwie. Aber ich liebe ein Album. Ich finde, einen Künstler, oder einen Künstler, den ich jetzt aus meiner Perspektive Respekt gebe, dann muss er mir ein Album geben. Wenn einer einen guten Song mal hat, gut und schön. Aber dann hat er, auf einem Album musst du eine Bandbreite. Das ist wie bei einem Theaterstück, das ist wie in einem Film. Ich muss alles zeigen. Ich muss meine Schwächen zeigen, meine Stärken zeigen. Ich muss verschiedene Emotionen bespielen, sozusagen. Und die müssen ehrlich sein. Und du musst doch mal sagen, ich habe auch mal Scheißmucke gemacht. Ich habe auch mal Scheißsongs gemacht. Das ist total okay, das zu sagen. Das gehört auch zu einem Künstler dazu. Weil man einfach manchmal auf einem anderen Trip war. Und in einem Moment denkt man das gerade, wow, super. Und dann merkt man, ja, das ist doch nicht so tief. Ich glaube, die Melancholie oder so ein bisschen diese Nacht, auch die das Album jetzt sehr inne hat, die fünfte Dimension, die sind sehr in dieser Welt, in der ich mich sehr wohlfühle. Und wo ich trotzdem mich nicht so wohlfühlend so reinlege und das einfach so aus dem Nichts schreibe, sondern in dieser Welt fange ich an zu denken. Und in dieser Welt kommen neue Erkenntnisse zum Vorschein, die ich vorher nicht wusste über mich. Oder, keine Ahnung, Züge, die ich von mir nicht kannte. Das kam jetzt um diese Platte. Ich wollte eine Platte über das Feiern schreiben, die fünfte Dimension. Da habe ich gemerkt, ey, da kommt so viel mehr raus gerade. Und deswegen hat diese Platte, ist jetzt keine so, oh, wir gehen jetzt feiern und wir rennen hier vom Karte Holzig zum Berg ein. Das war so der erste Gedanke. Aber was da so rauskommt oder was der Kopf dann da so ausspricht oder was man über sich selber erfährt, auf so einer Reise so eine Platte zu machen, das finde ich halt irgendwie total spannend. Muss auch nicht jeder meine Musik lieben oder sowas, überhaupt nicht. Aber ich finde es irgendwie spannend, ein Album zu machen und ein Album sich zu überlegen und eine Bandbreite zu zeigen. Das nimmt einen auch wirklich auf eine schöne Reise mit. Und was ich daran so mag, ist, weil du es jetzt ja auch schon ein paar Mal angesprochen hast, Melancholie, vor allem diese Verbindung von Melancholie mit Euphorie und Positivismus, was ja eigentlich so der Clubmusik ganz eigen ist. Also fast alle Clubmusik, die beste vor allen Dingen, ist in Moll produziert. Und es ist halt immer so, es gibt so diese Szenarien auf der Tanzfläche, wenn halt so ein Track läuft und dann kommt so eine Mollfläche, dann ist man total glücklich und hat im besten Fall auch noch eine Träne im Auge gleichzeitig. Das stimmt. Deswegen war das zum Beispiel auch für mich immer sehr, also ich habe angefangen wegzugehen, auch in Rostock hatten wir einen kleinen Club, der ist Magnet, das war ein Drum-and-Bass-Laden. Einfach nur Strobo und einfach diese Wände, diese kahlen Wände und diese leichte Kälte, das war mega. Und ich bin auch ziemlich früh dann nach Berlin gekommen. Ich meine, Rostock ist ja irgendwie so klar schon ein bisschen Hafen Berlins, so wurde es immer genannt, auch im Osten schon. Meine Mutter, meine Geschwister sind hier aufgewachsen. Das ist alles nicht weit, zwei Stunden weg. So, hierher zu kommen, auch mit 19, so und dann irgendwie, wir haben einfach immer diese, immer die elektronische Welt oder Techno feiern. Das war halt einfach ganz klar das Ding. Also auf Hip-Hop-Partys war man auch, aber das war niemals diese Befriedigung, die man hatte, wie damals irgendwie in die Bar 25 zu gehen oder so. In diesem Alter auch, wo diese Stadt sich auch, wo man noch ganz andere Augen auf diese Szene hatte oder wo man noch ganz andere Ebenen so entdeckt hat. Diese Stadt ist halt einfach, hat so viele Facetten. Und da war man ja auch komplett in einer anderen Welt, da war man für drei Tage einfach mal komplett woanders. Man war ganz woanders. Und das ist irgendwie, ja, das kann nicht so viel. Und bei Hip-Hop endete meist alles irgendwie im Suff und in Schlägereien und bei Techno-Partys endet alles mit Freundschaften und im Armliegen. Das war so ein bisschen geiler zum Feiern einfach. Ja, da ist was dran. Es ist ja auch wirklich so, dass du so die Brücke schon... Also nichts gegen eine gute Schlägerei. Naja, wenn es sein muss, dann ist das aber eine gute Musik. Gab es auch auf Techno-Partys im Osten zumindest. Ja, ja, da gibt es die schon, wenn es irgendwie auch mal über 140 BPM geht, da fliegen schon mal die Fäuste. Ja, aber du warst ja immer schon so dieser Missing Link zwischen Clubmusik und Hip-Hop. Genauso wie Casper ja der Missing Link zwischen Hip-Hop und Indie ist. Nicht umsonst habt ihr zusammen eine Platte gemacht, um alles abzudecken. Aber bei dir hat man schon immer gemerkt, wo du musikalisch eigentlich herkommst. Auf jeden Fall. Bei der Casper-Platte war das zum Beispiel aber so, dass wir das nicht so einfließen lassen haben. Wir haben da jetzt keine... Wir haben jetzt diese Platte einfach... Wir wollten einfach ein bisschen... Wir wollten so eine Hip-Hop-Platte machen, die auch ein bisschen doll ist und geile Songs hat, die uns so verbindet, wo man auch einfach nicht so viel jetzt verkopft. Wir haben diese ziemlich schnell geschrieben. Einfach drauf losschreiben. Also so ein bisschen dieser Hip-Hop-Esprit, was so stark am Hip-Hop ja ist. Einen Moment aufzugreifen, den niederzuschreiben, bam, zack, fertig. Und das war auch das Schöne daran. Wir haben uns ja jetzt nicht irgendwie die Mühe gemacht, sozusagen meine Elektroader und seine Indieader so zusammenzuballern. Das wäre auch ein bisschen akademisch gewesen. Wäre akademisch gewesen, hätte auch wahrscheinlich total krass sein können auch. Aber man fährt einen Film einfach. Aber ich glaube schon, klar, deswegen finde ich, diese Platte ist jetzt sehr, sehr nah dran an zum Glück in die Zukunft meiner ersten kommerziell erfolgreichen Platte. Weil vom Sound, so ein Song wie Verstrahlt würde prima auf dieser Platte zum Beispiel Platz finden. Und wiederum gab es diese Melancholie und mein erfolgreichstes Album war zum Glück in die Zukunft Teil 2. Da war halt Kids drauf und OMG. Aber diese Platte ist eine komplette, diebe, staubige Platte mit Liedern wie Alt und Verstaubt. Und deswegen auch Eintagsliebe. Das ist total die Bar-Romantik. Das Leben irgendwie alles scheiße, nichts läuft. Total diebe Platte. Hatte eben nur diese Hits. Deswegen war das so dann die erfolgreiche Platte. Aber diese Platte hatte eine krasse Melancholie. Und das ist das Gefühl, wo man viel drüber schreiben kann. Und wo man sich auch nicht wiederholt. Und das fühlt sich auch nicht wiederholt an. Man hat ja auch immer wieder einen neuen Abschnitt im Leben. Man hat ja auch immer wieder neue Dinger. Man hat auch immer wieder Erkenntnisse. Ey, das war gar nicht so. Das sehe ich jetzt mittlerweile anders. Wo ist das Problem, das zuzugeben? Sehe ich nicht. Man verändert sich auch als Mensch. Man hat eine Phase. Bei der letzten Platte habe ich keinen Alkohol getrunken und war vier Jahre komplett clean. Und habe nichts gemacht. Und jetzt der Platte war wieder so ein bisschen der Rave im Vordergrund. Wer weiß, was bei der Nächsten ist. Wer weiß, wie der Sound bei der Nächsten ist. Ich glaube, dieser Sound ist noch nicht zu Ende. Aber ich denke, man muss immer wieder Bock haben, da rauszugehen. Weil bei mir ist es halt so, ich definiere mich nicht als Musiker. Ich gehe nicht raus und sage, hey, ich bin Materia, der Rapper. Das interessiert mich nicht. Ich bin Martin. Ich habe viele Interessen. Ich liebe meine Musik. Und ich liebe Musik zu machen. Ich liebe es, im Film zu sein. Und ich liebe Texte zu schreiben. Aber ich liebe auch ganz viele andere Dinge. Lieber irgendwie auf dem Wasser zu sein, zu reisen und überhaupt nichts zu schreiben. und irgendwie angeln zu gehen oder durch den Wald zu laufen und Pilze zu suchen. So einen Quatsch liebe ich auch. Also ich habe viele Interessen und habe viele geile Freunde. Und wir reden nicht die ganze Zeit über Musik. Und wenn ich Langeweile habe, gehe ich nicht in ein Studio. Ich habe halt andere Interessen. Ich lerne gerade Spanisch mit einer Handy-App. Das ist gerade... Falls du mal wieder in Caracas fest sitzt. Si, Senior. Ja, Mensch. Weil du eine Sache gerade erwähnt hast, die ja textlich auch aufgegriffen wird. In Niemand bringt Marten um. Da erwähnst du ja wortwörtlich dein Nierenversagen. Das war 2015, ne? Ja. Und das war auch der Grund, warum du dann jetzt, was du gerade gesagt hast, auch so lange kein Alkohol getrunken hast. Und Niemand bringt Marten um. Ich habe es bei Update Deluxe ja schon gesagt. Ist ja nicht so, dass er es nicht schon versucht hätte. Ja, also ich finde immer, das geht ja auch ein bisschen um die Sorgen und um alles. Ich glaube, wenn man extrem lebt und in allen Bereichen extrem lebt, dann ist das immer so ein Ding. Viele Menschen, ich glaube, die Leute, die sich Sorgen machen, die haben oft selber Sorgen. Weil sie selber viele Sachen vielleicht nicht machen. Ich glaube, ich bin immer extrem einfach. Ich bin ein bisschen zu doll. Aber es ist für mich nichts Negatives. Es ist auch zu dolles Nicht-Feiern. Zu viel Sport. Wenn ich Sport mache, dann ballere ich richtig los. Ich mache immer alles so ein bisschen doll und muss mich da dann auch richtig rein. Weil wenn ich dann irgendwie so ein bisschen nur mache, das klappt bei mir nicht. In dem Fall war es ja so eine unheilige Allianz. Weil du hast ja dieses Benefits-Fußballspiel gemacht. Zwei Stunden durchgespielt. Also die komplette, kein Wasser getrunken wahrscheinlich oder zu wenig. Ach schon. Ja, ich war halt untrainiert und mache ein Fußballspiel, was sehr, sehr emotional war. Aber das ist ja auch immer eine Sache. Man kann immer alles so runterreden. Und alles ist so. Aber ich meine, ich habe bei diesem Fußballverein angefangen, als kleiner Junge Fußball zu spielen. Ich habe das nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Es war mein großer Traum, in diesem Stadion mal zu spielen, wo ich als kleiner, vierjähriger Junge zum ersten Mal war. Dann mache ich ein Retterspiel für meinen Verein mit den größten Fußballstars irgendwie von der damaligen Zeit. Das Ding ist ausverkauft innerhalb von, wir haben irgendwie, wir haben gedacht, 10.000, 15.000 Leute kommen. Boom, waren in zwei Wochen 35.000 Tickets weg oder so. Ich bin ein Hauptprotagonist dieses Abends. Das ist einfach, dann erfülle ich mir meinen Traum, mal da zu spielen als Musiker, weil ich Rap-Texte schreibe. Das sind schon ganz schön viele Sachen. Die kann man halt nicht so einfach so wegstecken. Man kann immer cool sein. Man kann immer denken, ja, das läuft schon alles so. Vergiss es. Das ist manchmal, hat man eine ganz schöne Last auf seinem Körper. Und dann kriegt man es gar nicht so mit, weil man denkt, man kriegt es einfach so hin. Und dann passiert es, ich habe das zum Beispiel auch, es hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich irgendwie einen beschissenen Lifestyle da hatte. Hatte ich gar nichts, war okay. Aber ich bin vom Platz gegangen, habe auch noch das 6-6 geschossen am Ende. Sehe diese Leute, Traum ist in Erfüllung gegangen. Sehr krasser Kindheitstraum, mein ganzes Leben, meine ganze Jugend, den ich im Kopf hatte. Und da habe ich aber gemerkt, dass mir schon ein bisschen, dass irgendwas nicht stimmt. Also wird das während des Spiels passiert sein, dass meine Nieren einfach aufgehört haben zu arbeiten. Und dann hat es 10 Tage gedauert. Ich dachte, ich hätte eine Magen-Darm-Grippe oder so. Und nach 10 Tagen erst hat irgendein Arzt, und das war mein großes Glück, darauf mal getestet. Und dann ab in die Charité und kurz vor Ende. Also das war so ein bisschen das Problem. Marathonläufer zum Beispiel haben auch. Bei jedem Marathon hast du drei, vier Leute, die Nierversagen haben. Das ist einfach so. Die trinken dann Wasser und dann läuft es wieder. Das war bei mir halt nicht so. Und ich war dann halt ein paar Wochen in der Charité. Zum Glück ist es dann wieder, ist der Apparat dann wieder angesprungen. Dank der Experience von The Prodigy. Das war die Platte, die ich bei der Dialyse immer gehört habe. Oh, okay. Wo man denkt, man hört Johnny Cash und Portishead, ist dann doch The Prodigy gewesen. Dann hört man so seine Winded Ups und seine Jerichos und dann geht es einem wieder gut. Und dann denkt man nach über sein Leben. Und wenn es jetzt vorbei ist, was ich einmal die Situation hatte, wo der Arzt gesagt hat, ich weiß es nicht, wie weit es jetzt geht. Du bist schon ganz schön vergiftet. Da habe ich mir trotzdem gedacht, das Leben war trotzdem ganz schön cool. Und es war trotzdem ganz schön geil, was ich jetzt so gemacht habe. Aber das ist jetzt noch nicht vorbei. Ich habe auch einen Sohn, ich habe auch Verantwortung und habe auch eine andere Seite. Und habe nicht nur Feiermarten und irgendwie draußen in Berlin, überhaupt nicht. Ich habe auch eine sehr, sehr verantwortungsvolle Seite an mir. Und mache viel mit meinem Kind und meiner Familie. Versuche für die Leute da zu sein, für meine Freunde da zu sein. Wenn einer was hat, bin ich auch da. Ich bin sehr viel bei meinen Freunden in Rostock. Und es gibt halt immer die Seiten, über die man jetzt nicht so viel spricht, was auch richtig ist, weil es auch privat ist. Also du hast, das war wirklich arschknapp mit der Nummer, als du dann im Krankenhaus warst. Ich habe einen gemeinsamen Bekannten erzählt, dass ich dich heute treffe. Und der hat gemeint, frage mal unter welchem Namen er im Krankenhaus war. Ja, ist gut. Mark Förster. Hallo Herr Förster, was hätten Sie gerne? Das fand ich irgendwie lustig. Also das finde ich auch... Mit dem Todringen fand ich, das war ein guter Gang. Bemerkenswert, da noch so einen rauszuhauen. Ja. Mark Förster, sehr gut. Jetzt gebe ich dir noch eine Knobelaufgabe. Wenn ich dir sage, du bist billig und ich bin eine Dole, was meine ich damit? Na, ich bin... Mein Name ist Lazini, das heißt billig auf Tschechisch vielleicht. Ja. Und Dole, ein Rabe. Oder was? Krähe. Ja. Heißt du auf Tschechisch? Oh, weiß ich nicht. Kafka. Ach, Kafka. Ach, wir sind beides Tschechen. Ja, wir sind beide Tschechen. Ich heiße ja gar nicht billig übrigens, ich heiße günstig. Günstig. Günstig ist besser als billig. Da wurde ich drauf angesprochen. Das stimmt überhaupt nicht, dass du billig heißt. Günstig finde ich besser. Günstig. Preiswert. Ich wäre lieber billig. Echt? Da kann ich mich besser mit identifizieren irgendwie. Günstig ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber bin ich halt. Okay. Ja, wir sind also beide aus vertriebenen Familien sozusagen. Ja. Und weil du gerade erwähnt hast, du bist Papa. Was bist du denn für ein Dad? Findet dein Sohn deine Musik cringe oder cool? Ich glaube cool. Also mein Sohn ist 14 Jahre. Ja. Mittlerweile größer als ich. Vollkommen drin im Musikwahnsinn. Macht natürlich sehr viel Spaß. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Er ist auch ganz anders, ganz eigen. Hat einen ganz eigenen Charakter. Sehr ruhig. Geht seinen eigenen Weg. Und macht einfach Spaß. Jetzt auch wie jetzt gerade. Ich komme mit ihm aus dem Urlaub. Irgendwo in Orte zu fahren. Nochmal so Dinge durch seine Augen zu sehen. Viel über Musik zu reden. Über Snairs und über Texte. Schon irgendwie geil. Und ich bin sehr stolz auf ihn, dass er sich so entwickelt. Und dass er seinen eigenen Weg geht. Und ich glaube, ich mache auch Musik. Warum soll er das jetzt irgendwie? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es so auf dem Schulhof. Kriegt er bestimmt ab und zu mal einen Spruch. Aber da sagt er jetzt nicht so viel. In Rostock stehen wir schon ein bisschen enger zusammen. Das ist schon irgendwie okay. Er hat damit, glaube ich, keine krassen Probleme. Ich glaube, der mag meine Musik auch noch. Ist aber auch okay, wenn er sie irgendwann nicht mehr mag. Aber da muss ich mir, glaube ich, Gedanken machen. Das stimmt, ja. Mark Förster. Wie war es, kein Alkohol zu trinken im Anschluss daran? Das war am Anfang so die Hälfte der Zeit sehr schön und die andere Hälfte der Zeit sehr langweilig. So war das ungefähr. Deswegen habe ich auch irgendwann wieder angefangen. Mal zu trinken. Ja. Wieso war es schön und wieso war es langweilig? Das kann ich nicht sagen. Also ich glaube, wenn man diese Sache so überstanden hat. Ich wusste schon vorher, ich habe mir vorhin ein Häuschen gekauft an der Ostsee. Das habe ich, bevor ich das Nierenversagen hatte. Das heißt, mein Körper wusste vorher schon alles. Das ist bei mir irgendwie im Leben oft so. Dann bin ich aber auch ein ganz krasser Nichttrinker gewesen, war ich natürlich unausstehlich, glaube ich. Also haben dann halt alle einfach, ich habe auch keine Anrufe mehr bekommen. Natürlich, was willst du mit einem, der nicht trinkt, irgendwie abends in Berlin machen oder irgendwo. Und dann wurde man so charakterlich, irgendwie so ein bisschen so brödelig. Und es ist ja auch nicht so, dass man irgendwie Alkohol, ey Mann, was ist Alkohol für, was ist das schon? Weißt du? Aber anscheinend ist es doch was. Ja. So, und das ist so dieser, man ist einfach nicht perfekt und es gehört irgendwie dazu. Und ich habe auch so ganz viele Situationen gehabt, ich spiele irgendwie damals, für damalige Verhältnisse, mein größtes Konzert in Berlin, ausverkauft in der Wuhleide, habe eine Platin-Party, 17.000 Leute, ausverkaufte Hütte, kriege drei Platinplatten überreicht und gehe in den Nightliner und gucke eine Folge Vikings. Und das war so. Die anderen feiern? Und die anderen feiern und das war so. Und dann denkt man, okay, ja, du kannst ja trotzdem feiern, aber nee, ich bin einfach müde. Ich bin einfach müde. Halb zwölf bis zwölf. Das ist man einfach irgendwie müde und dann, oh Gott, nee, komm, lass mich so. Und das ist auch okay, aber irgendwie geht das Musikgeschäft Hand in Hand. Auch mit dem, ja, mit dem Belohnen, mit dem Abschießen, mit dem Erniedrigen, mit all diesen ganzen Extremen. Und irgendwie gehört das so dazu. Und das ist auch nicht so eine Einbildung, oh, ich, keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwie geile, ich habe auch ohne irgendwie Alkohol geile Songs geschrieben, so, die mich sehr, also einfach aus einer, aus einer Wahrnehmung her und auch, weil ich mir auch Sachen merken kann oder Gefühle verarbeiten kann, die ich vielleicht ein paar Jahre davor hatte oder so. Dafür brauche ich nicht trinken. Ich habe zum Beispiel auch wunderbare Auftritte gehabt. Ich habe wunderbare Auftritte ohne Alkohol gehabt. Früher dachte ich immer, man kann, ich habe früher nicht einen Auftritt gehabt, wo ich irgendwie nicht mindestens drei, vier Bier getrunken habe, weil ich dachte, das braucht man. Und dann war mein erster großer Auftritt, war in Rostock vor 20.000 Leuten in einem Iga-Park hieß das. Das war mein erster Auftritt ohne Alkohol. Ich habe in die Hose gemacht. Ich dachte, fuck. Weil einmal hatte ich einen davor gemacht in Viersen in Nordrhein-Westfalen bei einem Festival Eier mit Speck und da habe ich mich fünfmal verrappt oder so. Ich dachte, nein, das geht nicht. Du musst diese Lockerheit haben, brauchst immer drei Bier. Aber du bist so viel, du hast deine Stimme so viel besser im Griff, du hast viel besseren Kontakt mit den Leuten. Das hat mir total was gegeben diese Zeit. Also auch auf einer professionellen Ebene, dass auch Musik tight ist und wir haben uns musikalisch auch live immer verglichen mit internationalen Bands. Also wie es klingen muss, wie viel Druck da sein muss. Sehr gute Leute, die den Sound auch machen. Und du hast natürlich, wenn du nicht trinkst, wenn man trinkt, denkt man immer, man ist der King. Man ist einfach all over. Man ist Goat. Und dann guckst du dir so YouTube-Videos an und denkst so, fuck, wo bin ich denn da? Das ist schon ein krasser, ja, so ein krasser Selbstschutz einfach. Alkohol ist ein totaler Selbstschutz. Es ist wie so ein Schutzschild, was man sich halt so aufbaut, damit man so die Nähe nicht so richtig ran lässt, was auch echt einem helfen kann. Gerade wenn man Probleme hat, wie mit Lampenfieber oder so. Hab ich aber nie gehabt. Also ich bin aufgeregt und finde das voll geil, aufgeregt zu sein. Ab und zu mal auch eine Sekunde nicht. Aber wenn man auf eine Bühne geht, ist es geil. Wenn man nicht aufgeregt ist, ist es scheiße. Und es gehört dazu. Und so die wahren Gefühle so zu haben, das war wirklich schön an der Zeit ohne so Alkohol. Und jetzt, das habe ich mir mitgenommen, wenn ich jetzt einen Auftritt habe, trinke ich davon nicht. Weil ich weiß, wie gut man dann ist. Ja, also dann, ich meine, das war, wenn es für irgendwas gut war, dann um einen so ein bisschen vielleicht einzunorten, was den eigenen Körper betrifft und vielleicht so ein gesünderes Maß zu finden. Hauptsache ein Maß finden. Ein Maß finden. Das wäre schon mal. Ein alkoholfreies Maß. Ja, Dinger. Ja. Gibt es nur noch Maßweise. Ja, Mensch. Aber du bist jetzt auf jeden Fall an einem Punkt angelangt in deiner Karriere, wo du dir auch natürlich echt eine Menge Freiheit erarbeitet hast. Künstlerische Freiheit und auch individuelle Freiheit. Gibt es Sachen, an denen es dir noch fehlt im Leben? Du bist ja nicht so ein materieller Typ, auch wie ich das mitbekommen habe. Materieller? Ja, nee. Ach, das Leben, das ist einfach, da kommen immer wieder Sachen dazu. Das Leben ist für mich nicht in Dinge, die man sich kauft, einzuordnen. Das Leben ist einzuordnen in Erlebnisse. Das klingt so ein bisschen... Deswegen reist du so gerne auch wahrscheinlich, oder? Ja, das Erlebnis kann aber auch irgendwie vor deiner Haustür passieren. Das ist immer... Ich liebe Reisen. Ich bin auch schon mit 15 irgendwie. Es hat auch nie was mit Geld oder kein Geld. Ich habe das schon immer gemacht. Genau wie meine Geschwister. Die sind auch mit 17, 18 aus dem Haus und sind irgendwo in die Welt. Das ist einfach... Mein Vater war Seemann. Das sind so die Gene. Und das ist irgendwie auch so die Sucht nach was Neuem irgendwie. Entweder hat man das oder nicht. Man kann das niemanden aufzwängen, der das nicht... Manche Leute lieben ihr immer Malle-Haus und haben immer dieselbe Buchung und immer ihr Norwegen und immer ihr... Und die Leute brauchen das. Das ist voll geil. Ich würde niemals sagen, wer besser oder schlechter ist. Ich brauche was anderes. Aber ich sehe das Leben einfach... Wenn ich jetzt mal so nach hinten denke oder in die Vergangenheit denke, an was erinnere ich mich so richtig oder was finde ich geil. Das sind Erlebnisse. Und das ist nicht, wo ich mir eine Uhr gekauft habe oder wo ich mir ein Auto gekauft habe. Und das ist ja eine ganz klare Erkenntnis. Und da muss man ja nicht irgendwie Schlaufe sein oder du musst gucken, was du für ein Typ bist. Wenn du ein Typ bist, dass du das richtig geil findest, dann ist das auch okay. Jeder muss sich halt selber irgendwie kennen und selber wissen, was ihn so antriggert. Mich halt nicht. Ich versuche irgendwie zu reisen. Ich versuche irgendwie... Merke, dass ich... Ich habe auch nochmal richtig Bock im Ausland zu leben. So, das würde ich jetzt nicht machen, solange mein Sohn mich hier braucht und viel... Wenn er selber mal irgendwo ist, dann kann ich auch irgendwo hin. Aber da sind so viele, so viele krasse Sachen noch, die irgendwie passieren. Das ist halt auch so. Es gibt einen Zahn und Zug der Erkenntnis auf der Platte mit einem Manfred Krug-Sample auch. Das ist so, man kann die Welt nicht verändern. Ja, die Erkenntnis tut weh, doch überall sollte stehen, solange man kann, so viel wie geht. Und das ist so ein bisschen mein Lebensmotto. Solange man kann, so viel wie geht. Und wenn ich davon ausgehe, ein Leben zu haben, dann würde ich es auch geil nutzen. Und dann würde ich auch versuchen, viele Sachen zu machen. Würde ich auch viele Fehler machen und nicht nur einen. Ich will zwölfmal meine Ausbildung verkacken. Ich will zwölfmal eine Ausbildung schaffen. Weißt du? Warum immer nur einmal? Warum dies? Wer entscheidet das? Und wenn man irgendwie so durchs Leben geht und wenn man akzeptiert, dass das Verlieren eben auch dazugehört und nicht nur das Gewinnen, dann ist das irgendwie spannend, weil du einfach, du bleibst dran und du bleibst auch dran in Veränderungen und du akzeptierst auch neue Strömungen und du hängst nicht so fest in deiner alten Blase und damals war alles dies und das. Ja, ich freue mich auf mein nächstes Aussichtstadionkonzert und guck nicht die ganze Zeit Videos von meinem alten Aussichtstadionkonzert. Das ist so ein bisschen der Spirit, den ich auch versuche, ja, mit der Musik so zu verbreiten. Sehr schönes Schlusswort. Verbunden mit deiner allerletzten Frage, weil du es gesagt hast, Konzert im Aussichtstadion, das wird dann keine einmalige Geschichte bleiben? Ich hoffe nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Das kannst du auch in 20 Jahren noch ausverkaufen. So, nämlich. Also, es geht darum, geile Erlebnisse zu schaffen und das war für mich einer der Highlights meines, also das Highlight meines Lebens und in der Musikwelt und auch für meinen, ja, weil das, ja, nee, mehr als Musikwelt, weil das ist so auch für die Familie, für die Leute aus meinem Bundesland, so, aus Mecklenburg-Vorpommern, so, immer das so ausgelachte Bundesland halt, dass, worüber man gerne Scherze macht, so, das Texas von Deutschland, die ewig gestrigen, da das erste Konzert auszuverkaufen als Rapper von ganz Deutschland und nicht in Hamburg oder Berlin oder so. Aber ihr seid immerhin die geilen Schweine, die Urlauber mit Qualm bewerfen. Auf jeden Fall, nicht nur mit Qualm, mit allem. Du gehst auf Tour mit der Platte nächstes Jahr dann, ne? Hoffentlich. Ja. Also, toll, 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 das wird auch passieren und dann, ähm, 4G, 4G. Ja. Ich weiß noch nicht, was das vierte ist. Schauen wir mal, kommt bestimmt noch was an die Ecke. Ja, dann freue ich mich, wenn ich dich wieder auf Bühnen sehe und dann auch gerne wieder hier und in echt und überall und an jeder Ecke. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke auch. Materia, danke an euch fürs Zugucken. Einer Klang. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.